Tagesenergie Montag 18. April. Heute ist Ostermontag der zweite Feiertag und das kann mehr Ruhe bringen, weil eigentlich alles Nötige weitgehend schon erledigt wurde. Vorsicht bei gefühlsmäßig Belastenden, sonst kann es zu emotionalen Ausbrüchen kommen. Für Probleme gehen Ihnen die Lösungen durch den Kopf, Sie sollten diese beachten. Den Blick konstant nach vorne richten und das vergangene Ruhen lassen, abschließen wäre das Richtige. Die Herzensweisheit ist das Beste und wenn Sie diese zulassen können, können Sie heute herrlich Gemeinschaft und Freundschaft leben. Sie spüren viel Barmherzigkeit.